Wir suchen das Tier im 100,5 Revier und wir haben ein Video bekommen, wo ein Hund über Pferdehindernisse springt. Und das gucken wir uns heute an. Svenja, um das Pferd geht es heute gar nicht. Es geht um deinen Hund. Und der heißt Bacardi. Ja, genau. Wer ist Bacardi? Bacardi ist ein Border Collie, ein reinrassiger. Den haben wir gekriegt mit vier Monaten. Der ist halt noch sehr aufgeweckt, sehr wild. Wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, Bacardi bei uns vorzustellen? Also Bacardi hat ein sehr großes Talent mit Springen. Er springt liebend gerne über Sprünge. Ist mir mit meinem Pferd einmal hinterher gesprungen und dann haben wir es halt angefangen zu fördern. Das heißt, du trainierst auch regelmäßig mit ihm? Also der kommt immer mit zum Stall und immer wenn wir hier sind, springt er mit über die Sprünge. Dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Okay. Naja, hat so einigermaßen funktioniert. Die Birke war nicht ganz stabil, würde ich mal sagen. Oh, wow. Like, like.